Hey, hier ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch eine Saug-Wisch-Kombination vorstellen, auf die ich mich schon seit sehr, sehr langer Zeit gefreut habe. Mit dem Roborock S5 habe ich seit Jahren einen Sauger im Einsatz, der mich bisher nie enttäuscht hat. Nun gibt es den Roborock S5 Max, der in vielen Punkten nochmals überarbeitet und verbessert wurde. Wie er sich in den letzten drei Wochen in unseren vier Wänden geschlagen hat, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß! Zu Beginn werfen wir einen ganz kurzen Blick auf das Zubehör und den Aufbau des Roboters. Im Lieferumfang befinden sich der Roboter an sich, eine Ladestation mit Netzkabel, eine Seitenbürste, Wassertank, ein Wischtuch, Anleitung, eine Unterlegmatte und ein Reinigungswerkzeug. Letztgenanntes befindet sich unter der Klappe des Saugers. Die Unterlegmatte, die mit der Ladestation verbunden werden kann, soll dabei euren Fußboden vor Feuchtigkeit aus dem Wassertank schützen und muss mittels Klebestreifen auf dem Boden fixiert werden. Für mich war das Netzkabel etwas zu kurz und konnte zudem nicht an oder in der Ladestation verstaut werden. Das aber nur am Rande. Der Sauger besitzt Abmessungen von 9,65 cm in der Höhe und hat einen Durchmesser von 35 cm. Damit ist der Branchenüblich gebaut und kommt unter und zwischen den meisten Möbelstücken hindurch. Bei uns gab es auch mit dem Sofa keine Probleme. Der Staubehälter kann 460 ml Schmutz aufnehmen. Der Wassertank ist mit 290 ml etwas kleiner als der der Konkurrenz. Positiv empfand ich hier, dass die Wischplatte federnd gelagert ist und sich damit extrem gut den örtlichen Gegebenheiten anpasst. Weiterhin kann die Wasserdurchflussrate per App geregelt werden, dazu aber später noch mehr. Auf der Oberseite befinden sich noch zwei Knöpfe zum Starten oder Pausieren eines Saugvorgangs, für eine Spotreinigung beim längeren Drücken und zum Zurückkehren zur Ladestation. Ferner gibt es den Laserdistanzsensor, der eure Räume zentimetergenau einmisst, virtuelle Karten erstellt und gleichzeitig auch im Weg stehende Objekte erkennt. Auf der Unterseite gibt es eine Seitenbürste und die Hauptbürste mit Überfahrschutz für Kabel. Mit 5200 mAh steht der Roborock S5 Max auf einer Stufe mit dem D-Board 950. Damit schafft er bei vollem Akku rund 130 Quadratmeter mit einer Ladung und fährt anschließend wieder an die Station zurück. Im Schnitt schafft er bei einem kombinierten Saug- und Wischvorgang rund 0,9 Quadratmeter die Minute, was rund 110 Minuten Dauerleistung am Stück bedeuten. Um den Sauger wieder von 0 auf 100 zu bringen, sind ungefähr 5 Stunden notwendig. An dieser Stelle wie immer noch ein paar Eckdaten. Der S5 Max ist für Hartböden und Teppiche ausgelegt. Es gibt eine Live-Kartendarstellung sowie einen virtuellen Begrenzungsmodus und eine Zonen- bzw. Spotreinigung. Sturz- und Blockierschutz sind vorhanden. Er lässt sich via Alexa oder Google Home steuern. Automatische Teppicherkennung und Erhöhung der Saugkraft und Deaktivierung des elektronischen Wasserdurchfluss beim Auffahren auf Teppiche. Bevor es losgeht, würde ich euch empfehlen, die Roborock-App aus App Store oder Play Store herunterzuladen und dort den Roboter einzurichten. Dabei handelt es sich noch um eine recht neue App, die die Mi Home App von Xiaomi abgelöst hat. Ihr könnt den Roboter zwar auch ohne App benutzen, mit Anwendung habt ihr jedoch dutzende Möglichkeiten der Einstellung. Der Einrichtungsprozess läuft dabei selbsterklärend ab und generell, losgelöst von diesem Modell, würde ich euch auch empfehlen, am Anfang den Roboter ohne Wassertank alle Bereiche mal automatisch abfahren zu lassen. Dabei erstellt der S5 Max eine Karte eurer Wohnung, die ihr dann im Anschluss, sofern über die Einstellung aktiviert, auch bearbeiten könnt. Auf der Startseite der App gibt es dann Reinigen bzw. den Punkt zur Ladestation fahren. Erster Punkt entspricht dann auch der kompletten automatischen Reinigung. Über den Punkt Raum könnt ihr einzelne Räume für den bevorstehenden Saugvorgang auswählen. Über Zone auch nur kleine, vielleicht stärker verschmutzte Bereiche auswählen. Über das linke Symbol, hier mit dem Pfeil markiert, können dann Sperrbereiche definiert oder Räume und Karten bearbeitet werden. Sperrzonen wären zum Beispiel Spielbereiche von Kindern, wo ständig Spielsachen liegen oder auch Bereiche, wo sich dauerhaft Menschen aufhalten, die zum Zeitpunkt des Saugvorgangs eben nicht aufgesucht werden sollen. Räume bearbeiten lässt euch nach Erfolg der Kartenerstellung Bereiche nochmals abtrennen. Über das rechte Symbol, siehe Pfeil, kann Saugleistung und Wasserabgabe bestimmt werden. Dies kann eine Einstellung für alle Räume sein, aber auch speziell für jeden Einzelnen. So lasse ich zum Beispiel den Parkettboden nur mit wenig Wasser wischen. Die schwarzen Fliesen mit maximalem Wasseraustritt. Gleiches kann natürlich auch für die Saugleistung angepasst werden. Über die weiteren Einstellungen lässt sich dann noch der Teppichmodus oder Timer aktivieren bzw. Firmware aktualisieren. Im Bereich der Reinigung spielt unter anderem auch die Navigation eine entscheidende Rolle. Hier kann ich dem S5 Max nur Bestnoten geben, denn wie bereits der Vorgänger, fährt er zielsicher alle Bereiche ab und meistert auch die meisten Hindernisse. Wenn ihr jetzt in den Einstellungen noch die Beta-Version der Kartenspeicherung eingestellt habt, könnt ihr ihn zum Beispiel auch in verschiedenen Stockwerken saugen lassen und verschiedene Karten speichern und aufrufen. Die Station muss dabei aber nicht versetzt werden. Wo es immer mal wieder zu Probleme kommen kann, es sind Füße von Stühlen oder Herrendienern, auf denen er sich festfährt. In drei von zehn Saugvorgängen war das der Fall, was für mich aber noch in Ordnung ist. Sehr gut empfand ich die Sensorik, da er bei Kontakt mit Gegenständen nur sehr leicht anfährt. Natürlich stürzt er aufgrund von Unterbodensensoren auch nicht Treppenabgänge herunter. Bei den Saugstufen gibt es leise, balanciert, turbo und maximal, wobei in den meisten Fällen balanciert gegebenenfalls auch turbo ausreicht. Hier war ich überrascht, wie leise er im balancierten Modus fährt, da zum Beispiel der D-Bot 950 etwas lauter ist. Die reine Saugleistung ist auf Hartböden und Kurzfloorteppichen sehr gut und auf einem Niveau anderer Topsauger. Beim Wischen kann man ebenfalls zwischen verschiedenen Wasserabgabemengen regulieren, die elektronisch geregelt werden. Neben Niedrig und Mittel gibt es zudem noch Hoch, was für sehr starke Verschmutzungen gedacht ist. Wie auch mit jedem anderen Wischroboter, dieser Preisklasse bekommt man leichte Dreckanhaftung ohne Probleme weg und vor allem bei glatten Fliesen und Parkettböden spielt er seine Stärken aus. Das, kombiniert mit der Möglichkeit, in verschiedenen Räumen unterschiedliche Mengen Wasser abzugeben, macht ihn wirklich besonders. Was ich nicht gut fand, war die Tatsache, dass er auch bei angelegter Wischplatte auf Teppiche auffährt und dort gegebenenfalls den vorher aufgenommenen Dreck an den Teppich abgibt. Er stellt dabei zwar die Wasserabgabe ein, ein D-Bot 950 lässt Teppiche aber konsequent außen vor. Unterm Strich gibt es von mir eine uneingeschränkte Kaufempfehlung, da kleinere Fehler der Vorgänge ausgemerzt und diverse Funktionen deutlich verbessert wurden. Saugen und Wischen beherrscht er auf einem sehr guten Niveau, womit er für mich mindestens auf einer Stufe mit dem D-Bot 950 von Ecovac steht. Natürlich darf man auch bei diesem Sauger keine Leistung eines manuellen Wischens und händischen Saugens erwarten. Für die tägliche Pflege, um Hunde oder Katzenhaare zu entfernen, ist er aber unersetzlich. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit dem Roborock S5 Max und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!